Es gibt im Keller und im ersten Stock ein Safe. Es gibt im Keller und im ersten Stock zwei Safe. Und es gibt Feuerkanister. Ich habe einen Kanister mit, den können wir im Hintereingang Feuer legen, wenn es noch stressig wird, wenn wir den Hintereingang zu machen. Ich auch einen mitnehmen. Okay. Maske aufsetzen. Eine, ja. Gut, dann nehme ich. Easy. Nimmst du den Benzinkanister mit? Kann man. Nicht vor das Fenster treten, Vorsicht. Oh, ja, ja. Okay. Ich bin. 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 Ich schmeisse wieder mit Granate. Hier kannst du den Ding setzen. Die Bohrmaschine. Und irgendjemand muss einen Ding haben. Meistens fangen wir jetzt nur von vorne rein. Wenn es anfängt von hinten reinzukommen. Irgendeiner muss eine Schlüsselkarte haben. Und wo rein mit denen, falls du das hast? Die Schlüsselkarte. Hast du sie oder was? Keine Ahnung. Keiner von euch jetzt. Ich sehe nicht das. Unten sehe ich Smokey. Das ist dort, was sie alles haben. Ich brauche eine Keycard, um nachher hinaufzukommen. Jetzt haben sie zum Beispiel Türen aufgemacht, Smokey. Oder hier bei mir? Ja. Ja. Jetzt. Dann muss man es noch machen. Wenn sie da hinten rein kommen. Oder dort vorne auch hinten rein kommen. Und für da, wo ich jetzt da bin. Ja. Da müssen wir die Keycard einsetzen. Oder eben den Bohrer. Ja. 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 Da muss man losgehen. Da muss man die Keycard einsetzen. Ja. 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 Die Gäseln können wir gut einsetzen, um die Leute zu tauschen. Wenn einer verhaftet wurde oder in dem Ding... Okay, gehen in Deckung. Sie kommen. Ich gehe wieder hoch. Vor allem die Hintertüren hier rechts sind sehr wichtig, dass wir hier hochkommen. Vielleicht können wir die Beute nachher... ...haperschmeiss. Auf der Scheisse gibt es ein Dingpack. Hier oben kommen sie aber auch noch rein. Ja. Ja. Erster Stock. Balkon rein. Die Scheisse kann man sich wieder aufladen. Ich gehe heilen. Oxidogen. Die hat sicher... Hat jemand noch Kabelbinder? Ja, der Smokey. Der Smokey hat noch einen Kabelbinder. Ich gehe mal schauen, ob die, die ich hier habe... ...ob die, wenn du fesselst, ob die ein Ding hat. Ob die ein Angestellte. Ob die eine Karte ausspuckt. Ah. Ich habe keine Karten im Song, oder? Nein, würde man sehen. Okay. Ich muss schnell die Bohren schauen. Wir haben acht Geiseln. Die Bullen kommen. Die Bullen kommen. Drill, you piece of shit. Okay, die erste Türe ist offen. Setz da mal den Bohren. Ich habe jetzt das runtergekommen. Nein, nein. Ist gut. Könnte dort bleiben. Alles bestens. Ich habe den Safe anbohrt. Also der Safebohrer steht. Oben, bei dir. Foxy. Nicht schlafen. Foxy. Ich kann nicht alles alleine machen. Ich kann nicht alles alleine machen. Oh. Taser. Vorsicht. Da haben wir zwei. Ich weiß nicht, was es geht. Du musst schauen aus dem Fenster. Da kommen die ganze Zeit Gegner. Du bleibst am besten in der Nähe von vorne. Da kommt nichts von hinten. Da kommen wir zu den Stegen auf. Und wer es sich wohl dort hinten. Heilige Maria. Foxy, Hilfe. Da kommt man an. Da kommt man an. Da kommt man an. Da kommt man an. Verschuldigung. Minna! Minna! Ok! Die Tür ist offen! Setz den nächsten! Hochschule! Hier unten! Komm, komm, komm! Der Hochschule! Ich muss den nächsten Bohrer setzen! Arzttasche im ersten Stock im Büro! Passt! Schau! Guys, you need to get that safe open! Munition gibt es dann da hinten, unten! Ohne? Ohne, ja! Ja! Hier, wo ich stehe! So ist das weissblaue! Schaut ihr mal ein wenig auf die Gegner! Die haben dich durch einen Zivilisten befreit! Finde ich nicht gut! Wir brauchen mindestens drei Zivilisten! Ich gehe hier rauf! Ich gehe, ich bin schon hier unterwegs! Ich bin schon hier oben! Ok! Ok! Ach du Scheisse, Jungs! Ja! Oh, da sind nichts bei mir! Kommen! Smoky! Ja! Kommen! Moment! Ich kann erst! Ich kann niemanden mehr rufen! Jetzt bin ich hinüber! Du kannst dort gerade drinnen bleiben! Ist ja gut! Du kannst gerade drinnen bleiben! Jetzt gehst du zu einer Geisle runter! Und gehst du die Geisle befreien! Wo bist du? Bist du weg? Ja, ich bin verhaftet! Ich bin tot! Jetzt nimmst du eine Geisle runter! Parterre! Tanzfläche! Ja, Antenne! Du musst warten! Du musst warten! Achtung! Du musst warten! Das heisst, wenn du mich ein wechseln! Ja! Einwechslung! Bein verhandelt! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! So! Zurück! Durch die Küche! Smoky! Ja! Links hoch! Ja! Links hoch! Vorsicht! Sniper! Und alles Wüste! Sniper Smoky auf der anderen Strassenseite! Ja! Große Fenster durch! Vorsicht! Sniper abgeschossen! Das ist sehr gut! Vorher! Komm jetzt da rein! Okay! Äh, Foxy! Der Ring ist offen! Achtung! Hier ist er rein! Smoky! Ja! Uh, da ist aber... Da geht's in der Scheisse raus! Okay, Foxy! Äh, die Steige durch ab! Durch die Küche rechts! Ins Räumli rechts hinten! Und gerade wieder links! Jetzt kann einer noch mehr links! Rechts, rechts, rechts! Wie viel zu weit! Türe drauf! Türe drauf! Mit G! Achtung! Sniper am Fenster! Achtung! Sniper! Mit G! Kannst du gerade die Äsche in den Karren rühren! Foxy! Sehr gut! Gange zum Ding hindern! Gange zum... Ich kann auch noch mal einen! Nein, nein! Gange hindern! Gange zum ersten Mal von Zunko heilen! Schau mal! Du hast einen grünen Balken! Dort hinten! 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 Hinten dir! So, Sarge! Wo kommst du hinein? Pst! Uh, in der Küche sind sie! In der Küche! In der Küche! In der Küche! Schau mal! In der Küche! In der Küche! In der Küche! In der Küche! Wir legen ab. Habe ich. Danke schön. Mr. Hudson. Achtung, Taser an meinem Standpunkt. Wir liegen am Boden. Taser. Wann? Well, those are snipers. Pass auf, Sarge. Hier ist noch einer. Ja, aber hier ist noch einer. Achtung, Achtung, Taser unten. Verschiessen, verschiessen. Sonst sind Baller im Zeug rum. Ich weiss etwas drum. Taser, Eliminate. Jo, kein Stress. Taser, Eliminate. Wann? Taser, Eliminate. Wann? Toxie bleiben uns wieder. Wann ist der Sniper runtergekommen? Ja. Ja, einen habe ich, einen habe ich. Ja kein Problem, keine Angst. Ja, Gefangennahmen, dritten, zwölf, zehn, keine Angst. Drei, vier, drei, zwei, eins. Ihr werdet endlich holen. Dankeschön. Ich lenke noch, ich habe eine Tür drauf. Ahhhh, somebody drop the back ass. Moki, Mikko, erster Stock. Ja, Moment. Helf mir mal lieber hier drunter. Was machst du da raus? Ich bin nicht raus, ich bin da bei dir. Ja, ich bin jetzt wie die Kaiser, ich werde ihm alles wusten. Fuck! Super! Ich sehe gar nichts mehr, es ist einfach, irgendjemand etwas hinschmissen. Ja, jetzt bin ich auch weg. Toll. Der Hoxton hat mich wieder rausgeholt. Unglaublich. Loll mich auch. Ja. Hilft er dir jetzt, oder nicht? Gef...ja, aber... Ja! Los, rauf da, erster Stock. Neu bewaffnen und rauf. Tops in the back. Oh. Uh-oh. Was ist der Scheiße? Ich könnte dort helfen. Ja, ja. Schnell runter. Geiss, schau er tauschen. Ja, der DJ gegen den Ding. 3, 2, 1. Okay, los, los, wieder hoch. Wer Munition hat, soll Munition nicht geben. Ja. Achtung, die kommen. Ja, die kommen da rein. Go, auf, go, 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 go. Nicht ans Fenster, Fenstertörlich, Fenstersniper. Fenstertörlich, Fenstersniper. Fenstersniper. Ja. Munitionsbeutel wäre nicht schlecht. Moment. Das Beste nach hinten. Ja, da hinten. Hinter den Ding. Das ist ganz schlecht. Aber macht nichts. Schmoki, du bist da unten von hinten mit dem roten Laser an, wie sie wird ein Sniper. Ich sage das nicht nur einmal. Törlich, törlich. Achtung, Stegen kommen. Der Ding ist offen. Wenn du den Smokey, kannst du den Beutel rausrühren? Wenn du den Fenster rausrühren? Ähm. Wenn du den Fenster rausrühren? Da unten. Ja, super. Sniper, draussen. Du wirst den Sniper runterholen. Dann geh, äh, Taschen nehmen. Läschen hier drüber, übers Fenster und runter. Tschüss. Auch runtergekommen? Nein. Jetzt die Tür. Aufmunitionieren und zur Türzeichen. Ich mach auf, schau gerade hinter uns. Das sind nicht alle drei Törre Agave. Er muss nicht alle drei Törre Agave. Er muss nicht alle drei Törre Agave. So, rauf. So, rauf. Und aus geht's. Okay, links. Ja. So, Rückendeckung. Die Tür ist offen in drei, zwei, eins. Boxy, komm. Jetzt musst du noch den Ochsen rufen. Geschafft haben wir es. Jawoll! Das war für Fahrt. Knapp 200'000 hat es heute gegeben. Offshore-Fuhr, 290. Tipptopp. 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 Vielen Dank.